Die Rücktrittsankündigung von Josef Blatter als FIFA-Chef hat beim Top-Sponsor Adidas eine gewisse Erleichterung ausgelöst. Kurz nachdem der 79-Jährige seine Amtsniederlegung angekündigt hatte, gab es schon eine knappe Stellungnahme des führenden europäischen Sportartikel-Konzerns. Wir begrüßen Fifas Bekenntnis zu Veränderungen, heißt es darin. Wie wir in der Vergangenheit bereits betont haben, verfolgt die Adidas-Gruppe höchste Standards, was ethisches Verhalten und Komplianze angeht. Die heutigen Neuigkeiten stellen einen Schritt in die richtige Richtung dar. Nun müsse der Fußball-Weltverband diesen Weg weitergehen, transparente Komplianze-Standards setzen und diese konsequent anwenden. Adidas als eine der Hauptsponsoren des Fußball-Weltverbandes macht offensichtlich Druck, dass in dem Verband aufgeräumt wird. Dabei hat der Sportartikel-Konzern zu Blatter und zur FIFA ein ganz besonderes Verhältnis mit Höhen und Tiefen. Es gab Jahrzehnte, da war Adidas stolz, wenn Blatter mit den Firmen typischen drei Streifen zu sehen war. Der Schweizer kam hin und wieder sogar in die Konzentzentrale nach Herzogenaurach. Jedes Foto mit Blatter und dem offiziellen Spielball einer Fußball-WM versprach einst mehr Umsatz. Aus der früheren Begeisterung für den abtretenden Chef des Weltfußballverbandes wurden nach der Serie von Korruptionsvorwürfen und Verhaftungen von FIFA-Offiziellen zuletzt offene Sorge um das eigene Image. Statt der Nähe zu Blatter wurde Distanz gesucht. Als der Schweizer in der vergangenen Woche zum fünften Mal an die Verbandsspitze gewählt wurde, gab es nur eine knappe Stellungnahme, in der auch der Hinweis auf nötige transparentere Strukturen stand. Das war kein Glückwunsch an Blatter. Jetzt kommt indirekt die Aufforderung, die Rücktrittsankündigung als Chance für einen Neubeginn in der FIFA zu sehen. Punkt für Adidas ist und war es heikler und wirtschaftlich viel gefährlicher als für alle anderen Topsponsoren wie Visa, Hyundai, Coca-Cola oder Gazprom, zu harte Kritik an Blatter und der FIFA zu üben. Nach den Sponsor-Statuten der FIFA ist nur ein Unternehmen je Wirtschaftskategorie zulässig. Adidas und Konkurrent Nike gleichzeitig als Topsponsoren wären also nicht möglich. Adidas hat bei der FIFA bereits seit 45 Jahren als Sportausrüster das Sagen. Die Beziehungen reichen bis zu den Wurzeln des deutschen Sportartikelkonsens und zum Aufstieg Blatters an die Verbandsspitze zurück. Seit 1970 gibt es die Verbindung zwischen dem Weltverband und dem fränkischen Unternehmen, regelmäßig sichtbar etwa durch den WM-Ball, den Adidas seit dem Turnier damals in Mexiko stellt. Blatter sprach 2005 selbst davon, dass am Laufe der Zeit aus geschäftlicher Partnerschaft eine echte Freundschaft erwachsen sei. Auf der einen Seite die FIFA als Ausrichter der Fußball-WM, der weltweit größten Sportveranstaltung mit Milliarden von Fernsehzuschauern. Eine ideale Werbeplattform. Und auf der anderen Seite Adidas, Europas größter Sportartikelkonzern, mit allein 2 Milliarden Euro Umsatz im Fußballgeschäft und dem Anspruch, die Nummer 1 in dieser Kategorie zu sein. Nur wer FIFA-Topsponsor ist und jährlich grob 50 Millionen Euro überweist, darf das Fußball-WM-Logo nutzen und WM-Produkte herausbringen. Jeder WM-Ball, jedes Trikot erhöht den Umsatz. Daher ist der richtige Draht zu den Verantwortlichen wichtig. Diese Erfahrung hat Adidas. Die Firma gilt als Erfinder des heutigen Sportmarketings. Firmengründer Adidasler schenkte 1936 Jesa Owens Sportschuhe für die Olympischen Spiele in Berlin, bei denen er 4 Goldmedaillen gewann. Sein Sohn Heusterler setzte die Strategie des Schuheverschenkens an Athleten fort. Später floss meist Geld an die Spitzensportler, weil auch Konkurrenten wie Puma mitmischten Punkt den Hebel für noch mehr Markenaufmerksamkeit fand Daesler im Erobern von Teams, Verbänden und Offiziellen. 1982 gründete er die Schweizer Marketingfirma International Sport and Leisure, Esl. Sie wurde wichtigster Partner der FIFA mit der Vermittlung gut dotiert der TV-Rechte. Die Daesler-Firma Esl sorgte für den wirtschaftlichen Aufschwung der FIFA-Punkt nach dem Tothäus Deßlers 1987 expandierte die Esl weiter, auch mit korrupten Methoden, bis zur Pleite 2001. Strafgerichtlich wurden 138 Millionen Schweizer Franken Schmiergeldzahlungen an Funktionäre festgestellt. Trotz Deßler persönlich förderte auch den Aufstieg Seeblattes. Kritik ammonieren, er habe dem Schweizer die Korruptionsregeln des Sports beigebracht. Deßler empfahl ihn bei der FIFA für das Amt des Generalsekretärs, das er von 1981 bis 1998 ausübte. Es folgte der Aufstieg zum Präsidenten. Adidas schaut bei diesen Themen ungern zurück. Ein Sprecher legt Wert auf die Feststellung, der Konzern von heute sei nicht mit den Strukturen von vor Jahrzehnten zu vergleichen. Die Erhäuster-Slow ist Teil unserer Geschichte, aber heute gelten andere Regeln, sagt er. Die Aktivitäten des Sportrechte-Vermarkters Isl hätten seit 1990 nichts mehr mit dem Unternehmen Adidas zu tun. Im Übrigen verfolge der Konzern die höchsten Standards, was ethisches Verhalten und Compliance angehe, also das Einhalten von Recht und Gesetz. Dieser Rahmen werde auch von den Partnern erwartet. Die negativen Schlagzeilen seien weder gut für den Fußball noch für die FIFA oder ihre Sponsoren, beklagte sich Adidas. Indirekt schwingt bei dieser Stellungnahme mit, dass möglichst schnell für saubere Strukturen gesorgt werden muss. Denn der deutsche Konzern ist noch lange mit der FIFA verbunden. Erst im November 2013 hatte der Konzern seinen seit 1970 bestehenden Sponsoren- und Lizenznehmervertrag mit der FIFA verlängert, bis zum Jahr 2030. In diese Zeit fallen beispielsweise die Fußball-WMS 2018 in Russland oder 2022 in Katar. Nicht bekannt ist, welche Ausstiegsklauseln bestehen.